Der Juniusbrief Johannes Junius wurde 1573 Mainabwärts in der Wetterau geboren. Er übersiedelte nach Bamberg. 1608, also mit 35 Jahren, wurde er dort erstmalig zum Ratsherrn berufen und war dann bis zu seinem Tod im Wechsel Bürgermeister oder Ratsherr der Stadt. 1628 ist er das fünfte Jahr in Folge Bürgermeister. Er ist jetzt 55, als er von sechs Bamberger Bürgern der Hexerei bezichtigt wird. Man bezeichnet ihn als Druttner, was gleichbedeutend ist mit Hexer. Angeblich hat man ihn bei Zusammenkünften mit anderen Hexern in der fürstlichen Ratsstube und beim Hexentanz im Hauptsmoor beobachtet. Junius wird verhaftet, gegen ihn wird ein Hexenprozess geführt. Im Bamberger Malefizhaus, dem Gefängnis für Hexen und Hexer, wird er 40 Tage eingesperrt und in dieser Zeit insgesamt viermal vom Hexengericht vernommen. Die Mitglieder dieses Sondergerichtes sind allesamt Juristen, die den Doktortitel besitzen. Um erfolgreich zu sein, wollen sie den Prozess mit einem Geständnis des Angeklagten abschließen. Als sich Johannes Junius jedoch nicht geständig zeigt, versucht man, ihn durch Folter dazu zu bringen. Zu den Vernehmungen und Folterungen wird der Beschuldigte völlig entkleidet. Die zugefügten Schmerzen sind unvorstellbar. Offensichtlich gelang es Junius, sich Papier, Feder und Tinte in die Zelle des Malefizhauses schmuggeln zu lassen. Einige Tage vor seiner Hinrichtung schreibt er einen vierseitigen Brief an seine Tochter Veronika. Seine Ehefrau war zu dieser Zeit bereits Opfer eines Hexenprozesses geworden und nicht mehr im Leben. Im Brief schildert er zunächst, was ihm in der Haft wieder fuhr. Er beginnt. Zur vielhunderttausend Grütternacht, herzliebst Tochter Veronika. Unschuldig bin ich in das Gefängnis kommen. Unschuldig bin ich gemartert worden. Unschuldig muss ich sterben. Denn wer in das Haus kommt, der muss ein Drudner werden. Oder wird so lang gemartert, bis dass er etwas aus seinem Kopf erdichten muss. Im Folgenden schildert Johannes Junius, wie ihm eine Zeugin gegenübergestellt wird und er sich gegen deren Anschuldigungen bei der Gerichtskommission wehrt. Danach kommt die Hopfen-Elz. Sie hätte mich im Hauptmoor danzen gesehen. Ich frage, mit wem? Sie sagt, sie wüsste es nicht. Ich bat die Gerichtsherren, um Gottes Willen, sie hätten gehört, dass es lauter falsche Zeugen wären. Man sollte sie doch vereidigen und richtig befragen. Es hat aber nicht so sein wollen. Und man hat gesagt, ich solle gutwillig bekennen, oder der Henker sollte mich wohl zwingen. Auf das kam leider, Gott erbarm es im höchsten Himmel, der Henker und hat mir den Daumenstock angelegt, beide Hände zusammengebunden, dass das Blut zu den Nägeln herausgegangen und alle enthalten, dass ich die Hände vier Wochen nicht brauchen kann, wie du dann aus meinem Schreiben sehen kannst. Danach hat man mich erst aufgezogen, die Hände auf den Rücken gebunden und auf die Höhe in der Tortur gezogen. Ich dachte, Himmel und Erde gingen unter. Sie haben mich also um sechsmal aufgezogen und wieder fallen lassen. Und dies alles ist faselnacket geschehen, denn sie haben mich faselnacket ausziehen lassen. Als nun der Henker mich wieder hinwegführt in das Gefängnis, sagt er zu mir, Herr, ich bitte euch um Gottes Willen, bekennt etwas, es sei gleich wahr oder nicht. Erdenket etwas, denn ihr könnt die Marter nicht ausstehen, die man euch antut. Und wann ihr sie gleich alle aussteht, so kommt ihr doch aus dem Gefängnis nicht hinaus. Und wenn ihr gleich ein Graf wäret, sondern es fängt eine Marter auf die andere an, bis ihr sagt, ihr seid ein Trudner. Und sage dir etwas, als dann lässt man euch zufrieden, wie aus allen ihren Urteilen zu sehen ist. Im Wissen, dass er das Gefängnis ohne dies nicht mehr lebend verlassen wird und um sein Leid in der Folter zu verkürzen, schildert Johannes Junius, wie er beschlossen habe, ein Geständnis abzulegen. Er betont in seinem Brief jedoch immer wieder, dass dieses Geständnis völlig erlogen sei. Er gibt vor den Richtern an, er habe vor vier oder fünf Jahren ein Kommissionsgeschäft getätigt, das ihm einen Rechtsstreit mit 600 Gulden Kosten einbrachte. Er habe deshalb viele Bürger angesprochen, ihm Geld zu leihen. Als es schließlich auf sein Feld beim Friedrichsbrunnen ging, um sich da selbst ganz bekümmert niederzusetzen, sei eine Magd erschienen, die so lange auf ihn einwirkte, bis er mit ihr Verkehr gehabt habe. Plötzlich hätte sie sich in einen Geistbock verwandelt und als der Teufel persönlich demaskiert. Er habe versucht, den Teufel abzuschütteln, aber dieser zeigte sich bei einem weiteren Kontakt in Gestalt von zwei Männern und zwei Frauen. Die hätten ihn gezwungen, Gott zu verleugnen und sich auf den Teufel taufen zu lassen. Nach diesen Geständnissen hätte das Gremium von ihm weiter wissen wollen, wo der Hexentanz stattgefunden habe, auf dem er doch gesehen worden sei. Da er sich keine Orte habe vorstellen können, sich aber an das erste Verhör mit den Beschuldigungen erinnerte, habe er die damals genannten Örtlichkeiten, zum Beispiel das Hauptzmoor, in sein Geständnis einbezogen. Man habe ihm danach mit weiterer Folter gedroht, wenn er nicht aussage, welche Bamberger Bürger er auf diesen Veranstaltungen gesehen habe. Um seinem Gedächtnis nachzuhelfen, sei man der Reihe nach wichtige Straßen Bambergs durchgegangen und habe ihn befragt, wer ihm dort als Hexer oder Hexer begegnet sei. Da er niemanden belasten wollte und vorgab, er sehe zu schlecht, als dass er jemanden genau hätte erkennen können, sei er zu neuen Folterungen dem Henker übergeben worden. Schließlich wollte man von ihm wissen, was er für übel gestiftet habe. Er hätte deshalb erzählt, der Teufel habe von ihm verlangt, dass er seine eigenen Kinder töte und ihm dazu ein graues Pulver gegeben. Er habe sich aber geweigert und stattdessen ein Pferd umgebracht. Erst als er in den Augen der Kommission genügend Namen weiterer Bürger genannt habe und zugegeben habe, im Zusammenhang mit einem Hexentreffen eine heilige Hostie vergraben zu haben, hätte man ihn schließlich in Frieden gelassen. Aus den Protokollen der Verhörssitzungen erfahren wir, dass Johannes Junius in seiner Verzweiflung über 20 andere Bamberger Bürger belastet hat. In seinem Brief vom 24. Juli 1628 gibt er abschließend seiner Tochter den Hinweis, Geld und Papiere zu sich zu nehmen und sich für ein halbes Jahr einer Wallfahrt anzuschließen, auf jeden Falle aber Bamberg zu verlassen. Der Brief endet Johannes Junius wurde 1628 in Bamberg hingerichtet. Sein Brief findet sich in den Prozessakten. Es ist also davon auszugehen, dass er die Tochter nie erreicht hat. und damit er die Untertokolle der Verhörssitzungen